Jetzt gibt es eine Geschichte von Joshua und von Julie, wo Winnie Pooh spielen. Autsch! Autsch! Dad, hei! Aaaaaaah! Autsch! Woh-ha! Ui! 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 Der Wimestuch hat den so geklebt. Und dann war ich hochgestiegen zum Botiabrassel geholt. Hat er, hat er ein Kind von sich selber gemacht. Und von der Wand selber. Hat er in den Kübel geflossen. Der von der Wand. Aaaaaaah! Aha! Das ist vielleicht nicht so gut. Das ist jetzt der Tiger gewesen. Und jetzt hätte ich mal zum Nachholen. Das ist jetzt der Wimestuch. Ja! Das ist jetzt mein Stinken! Der schwächt jetzt den Tiger. Aaaaaah! Halt! Halt! Das ist mein Stinken! Geh mit mir! Danke! Halt! 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 Ah! Pssch! Halt! Pssch! Halt! Ding! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Auk! 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 Ding dong! Huuuah! Ja! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Aber jetzt sind der Wimestuch ist die Joshua. Und der Digger bin ich! Joshua! Digger, komm! Digger, komm doch! Zwei hoher! Auk! Ding dong! Digger, komm! Digger, komm! Digger, komm! Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Juuuuh. Juuuuh.